Ich zeige Ihnen in drei Schritten, wie Sie eine Machine Vision Anwendung mit dem neuen AutoVision 2.0 Interface, ein einfaches und erweiterbares Softwareprogramm, sowohl als Anfänger als auch als erfahrene Anwender leicht einrichten. AutoVision kann an die Vision Hawk und Vision Mini Smart Kamera von Microscan angeschlossen werden. Es bietet auch einen Emulator, um Ihre Jobs vorab zu testen. Ich schließe nun eine Kamera an und wie Sie sehen, AutoVision hat die Möglichkeit, verschiedene Jobs in einer Kamera zu speichern und zwischen diesen hin und her zu schalten. Wenn ein Job eingerichtet wird, ist der erste Schritt die Einstellung eines neuen Jobs. Sie stellen das Bild und die Kamera durch die Einrichtung der Belichtung und der Signalverstärkung ein. Wenn benötigt, ändern Sie die Beleuchtung und den Fokus. Sobald das Bild genau eingestellt ist, können Sie in den Edit-Modus gehen und Ihren Machine Vision Job einrichten. Diese Einstellung zeigt Ihren Machine Vision Job auf der linken Seite des Bildschirms, die verfügbaren Funktionen oben und das Bild, welches wir kontrollieren, ist im Zentrum des Monitors. Die Parameter der Funktionen sind rechts zu sehen. Die verfügbaren Werkzeuge im AutoVision 2.0 sind Lokalisierung, Dekodierung, optische Zeichen oder OCR, Zählen, Vorhandensein Abwesenheit, Messung von Distanzen und Winkeln, Abgleich der Datenfolge, Abgleich der Datenformatierung, Erstellung logischer Arbeitsabläufe der Funktionsergebnisse, Optische Zeichenverifizierung oder OCV und Überprüfung der 1D-2D-Symbolqualität. Der zweite Schritt bei der Joberstellung ist sehr einfach. Sie klicken einfach auf ein Werkzeug und richten den Interessensbereich ein, um die von Ihnen gesuchte spezifische Funktionen zu sehen. Sie können auch Werkzeuge einfach kombinieren, zum Beispiel um Objekte zu zählen und die An- und Abwesenheit zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die benötigten Elemente da sind. Sie können Werkzeugparameter und den Grad für gut, nicht gut einstellen. In diesem Fall zählen wir Buchstaben, sodass wir eine maximale Anzahl von Buchstaben hier setzen können. Die Werkzeuge können im Test-Mode getestet werden. Unser dritter und letzter Schritt ist zum Run-Modus umzuschalten. Wenn Sie dieses durchführen, wird der Job zu den Kameras gesandt und in einem permanenten Speicher gespeichert. Im Run-Modus schauen Sie immer aktuell auf die Kameraergebnisse. Hier sehen Sie das Bild, die Inspektionsstatistiken und die Werkzeuge. Wir schauen auf eine Live-Kamera, daher können Sie die Messungen so nachjustieren, bis diese ungültig sind. Sie können das Scheitern der Funktion hier auch sehen. Dies zeigt, wie einfach die Erstellung eines Machine Vision Jobs mit AutoVision ist. Erstellen Sie ein Bild, erstellen Sie ein Programm im Edit-Modus und lassen Sie es im Run-Modus laufen. Sobald das Programm läuft, benötigen Sie nicht länger AutoVision, da alles über die Smart-Kamera läuft.